Wir möchten Sie darüber informieren, dass die sozialdynamische Verbreitung des höchste sexuellen Coronavirus eine Gefahr für uns alle ist. Beamten Sie, dass sämtliche Sozialkontakte auf dem Minimum zu reduzieren sind. Demnach sind nach der verbindlichen Allgemeinverfügung der Region Hannover unter anderem Personenansammlungen im Freien ausnahmslos verboten. Gerade jetzt sind wir alle gemeinsam dafür zuständig und verpflichtet, aktiv mitzuwirken, die Regeln einzuhalten und aktive Gesundheitsvorsorge zu leisten, sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen. Es ist Ihre und unsere bürgerliche Pflicht. Schränkt Ihre Sozialkontakte also auf dem Minimum ein. Ihre Polizei. Das ist Ihre und unsere bürgerliche Pflicht. Das ist Ihre und unsere bürgerliche Pflicht.